Telemedizinische Anwendungen Paragraf 87 SGB V Paragraf 87a SGB V Die Förderung telemedizinischer Leistungen ist wichtiger Bestandteil des E-Health-Gesetzes. Das Gesetz sieht vor, konkrete telemedizinische Leistungen in die vertragsärztliche Versorgung aufzunehmen. Ab dem 1. April 2017 soll die telekonziliarische Befundbeurteilung von Röntgenaufnahmen aufgenommen werden. Ab dem 1. Juli 2017 soll die Online-Videosprechstunde Teil der Regelversorgung werden. Auf diese Weise soll die Kontaktaufnahme mit Ärztinnen und Ärzten bei Nachsorge- und Kontrollterminen erleichtert werden. In Nordrhein-Westfalen werden diese Anwendungen schon jetzt erfolgreich in Arztnetzen eingesetzt. Eine Erweiterung auf weitere Netze ist beabsichtigt. Telemedizinische Anwendungen wie die Video-Visite sind erfolgsversprechende Instrumente, um die Versorgungsqualität auf einem hohen Niveau zu halten und sogar zu verbessern. Telemedizinische Anwendungen ermöglichen einen ortsunabhängigen Zugang zur medizinischen Expertise, eine effizientere Versorgung sowie eine engmaschigere Betreuung der Patientinnen und Patienten. Viele Anwendungen fördern die Versorgung im häuslichen Umfeld und kommen so insbesondere Menschen zugute, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Vor dem Hintergrund einer Stärkung der sektorübergreifenden Kooperation und Kommunikation gewinnen telemedizinische Anwendungen weiter an Bedeutung. Telemedizin steht für unterschiedliche ärztliche Versorgungskonzepte. Ihre Gemeinsamkeit besteht darin, dass Diagnostik, Therapie, Prävention und Rehabilitation sowie die gemeinsame ärztliche Entscheidungsfindung über räumliche Entfernungen und gegebenenfalls über zeitliche Grenzen hinweg erbracht werden. Dazu werden moderne Informations- und Kommunikationstechnologien genutzt. Unterschieden wird zwischen Telemonitoring, Telekooperation und Teletherapie. Telemonitoring beinhaltet die regelmäßige und bedarfsgerechte Erfassung und Übermittlung bestimmter Vitalparameter der Patientinnen und Patienten, in der Regel im häuslichen Umfeld. Die Daten werden automatisch an die Behandelnden oder ein Telemedizinzentrum versendet. Diese können bei Bedarf unmittelbar reagieren und die Betroffenen beispielsweise in die Arztpraxis einbestellen. Durch die engmaschige Begleitung im Alltag erhalten die Behandelnden sowie die Betroffenen ein sehr realistisches Bild der Erkrankung. Zu den Telemonitoring-Anwendungen gehören zum Beispiel die regelmäßige Überwachung des Blutdrucks bei Hypertonie oder die Messung und Übertragung von Blutzuckerwerten bei insulinpflichtigem Diabetes mellitus. Unter Telekooperation wird die Durchführung von Konzilen oder Konferenzen verstanden, bei denen Bilder, Befunde, Therapieanweisungen und Zweitmeinungen mithilfe von Informations- und Kommunikationstechnologien übertragen werden. An der Telekooperation können verschiedene Krankenhäuser und oder niedergelassene Arzt- und Fachpraxen, aber auch nichtärztliche Fachberufe teilnehmen, die nicht unmittelbar vor Ort anwesend sind. Der wichtigste Anwendungsbereich ist die Teleradiologie, zum Beispiel bei der Versorgung von schweren Traumata oder von Schlaganfallpatientinnen und Patienten. An der Teletherapie sind nicht vor Ort anwesende Ärztinnen und Ärzte sowie nichtärztliche Therapeutinnen und Therapeuten beteiligt. Zur Teletherapie zählt unter anderem der Bereich der Telepsychotherapie. Unter Teletherapie werden alle Maßnahmen gefasst, die Patientinnen und Patienten nach Vorgabe der Behandelnden eigenverantwortlich im häuslichen Umfeld umsetzen können. Dabei stehen sie durch Datenübertragung mittels Informations- und Kommunikationstechnologien kontinuierlich in Kontakt mit den Behandelnden. Die Patientinnen und Patienten werden keineswegs sich selber überlassen, sondern beispielsweise mittels Videokonsultationen oder Videokonferenzen begleitet und betreut. Telemedizin kann die medizinische und pflegerische Versorgung unterstützen und optimieren. Sinkende Sterblichkeitsraten Sinkende Morbidität, also Krankheitshäufigkeit Sinkende Aufenthaltsdauer im Krankenhaus Sinkende Rehospitalisierungsrate, also weniger Wiedereinweisungen ins Krankenhaus Verbesserung von Diagnostik und Therapie durch interdisziplinären Austausch Kosteneinsparungen Durch die Förderung telemedizinischer Anwendungen sollen mehr Patientinnen und Patienten die Möglichkeit bekommen, von Telemedizin zu profitieren. Sinkende Morbidität, also weniger Wiedereinweisungen ins Krankenhaus Kosteneinsparungen 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 Kosteneinsparungen